Die Kommission will ihr Investorenklagerecht reformieren. Aber was heißt reformieren? Die Kommission will nicht an dem Recht rütteln, das Investoren jetzt haben, um Regierungen, ganze Staaten und die gesamte Europäische Union zu verklagen. Diese Paralleljustiz für große Unternehmen wird nicht angetastet und deswegen lehnen wir nach wie vor ISDS ab. Kleinere Förmchen bringen uns da nicht weiter.